So, ja Leute, ähm, ja, ich halte mir die Adresse dazu. Heute ist mein Sponsor-Pack von Softports angekommen. Ja, und das machen wir dann auch gleich auf. Machen wir ein schönes Unboxing und, ja. Ich bin's wieder, Arthur, und, ja, fangen wir mal an. So. Oh, oh. Es ist halt von DHL gekommen, also natürlich alles umsonst. Na, scheiße. Oh, echt cool verpackt. So ungefähr so wie bei Black River. Ich hab schon fast auf. Oh, jede Menge Stuff. Das ist halt mein Sponsor-Pack. Oh, scheiße Adresse. Sponsor-Pack. Sponsor-Pack. Haha. Ja. Ich lasse euch mal eingucken. Jede Menge Papier. Und... A lot of stickers. Jede Menge Sticker. Jede Menge Riptick. Und nochmal jede Menge Riptick. Ganz, 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 ganz geile Decks. Echt nice. Und da ist nochmal jede Menge Riptick. Und gelb, Jus. Hier noch eins. Ja, da ist kein Riptick bei, aber das ist nicht schlimm. Da hab ich ja noch. Eins, zwei, drei, vier. Decks. Erstmals. Noch ein Deck. Das ist rosa. Finde ich auch echt nice. Noch mal ein blaues. So, man sieht's. Oha. Das Packet ist echt schwer. Ich frag mich, wieso? Ja, wieso wohl? Da ist noch was echt tolles drin. Haha. Trucks. Oh, geil. Und die... Echt hammer. Das sind halt noch normale Räder. Und wenn ihr... Diese weißen Räder sind diese halb durchsichtigen. Ähm. Das sind halt diese Apex 7 Kumbilage. Beals für... Für, für, für 19 Euro. Oh, Alter. Was ist das wohl? Ja, die Scheisschäder. Was ist meine... Concrete-Bank? Oha. Boah. Very nice. Könnt ihr alles sehen. So. So, Müllstock. Ja, dann habt ihr erstmal den ganzen Stuff gesehen. Jetzt zeige ich euch das nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Decks. Na, eigentlich... Und... Ja. A lot of trucks. A lot of wheels. Also hier die mini trucks. Hier die mini wheels. Ich finde die goldenen besonders sehr neust. Ja. Ein Haufen RIP-Tapes. Ein Haufen RIP-Tapes. Ein Haufen RIP-Tapes. Und Sticker. Und besonders, ich mag hier diese RIP-Tapes. Also diese Concrete RIP-Tapes. Ich habe auf den Haufen RIP-Tapes.